Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Rocket League wieder mal gegen zwei Profis die schon mal zum Ball reinlusten ja ich hätte ihn aber auch wieder fast ja kein Boost eh ne da kommt zerplauschig ich hab's ja ausgeplöscht als wird die richtig gegisst äh what Ball kommt ja der Ball kommt hab ich echt aber egal easy game wie feiern die das Ding am schwer unterhergesprungen den hab ich erstmal weggemacht an der mich weggemacht Junge jetzt hab ich ihn auch noch aufs Tor gelenkt ey ich bin zu inkompetent ne bin inkompetent kein Boost ja komm aber gut oh man da gibt falsche Richtung jawoll das dritt Ice One alter ein bisschen konzentrieren geht das also ja ich kann mal können wir nicht mehr viel reden wenn ich mich konzentrieren das ist das Problem ich fahr' deswegen wie auch sowas wie Formel 1 oder so nix bei mir für ein Let's Play ich will den ganzen Tag nicht reden ja ist auch so äh ja ist auch so äh nicht schön fuck war das äh alter Husten gehen auf den Saxe langsam wenn ich nur dir man der ist so hart am Meer äh äh nicht gut hi ha ha hör einfach mal weil ich ich stehe geblockt das ist klar Zeitspiel würde ich mal sagen ne ne bin dabei alter der Ball knallt die ganze Zeit lol knallt hat weggesnackt oh nice das hat er ziemlich gut gemacht ich weiß nicht ob der was vorgegangen wäre aber der wär der wär sowas von reingegangen ok ja schade da war er noch man hör auf den Weg zu blocken du Arsch kommt 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 gefährlich ne der ist holter bin hinten schade da kommt da kommt gefährlich er ist drin fuck hätt ich doch fliegen müssen es es 7 7 life name behindert ok ui wo willst du hin alter alter boah ist offen ja was soll ich machen wenn ich nach einem stunden los mehr essen ok Ball geht auf Tor boah man kann das ist blöd dass ich nicht fliegen das kacke dass ich das nicht kann mit dem fliegen er snackt mir die ganze Zeit die Bälle weg boah der hat das aber drauf mit dem fliegen ne das war ich jetzt Mann bist du ein Idiot ey komm wir kamen vorne ran ich fand das ziemlich cool den habe ich aber noch gerettet ey ich bin ein Idiot hab ich schon mal gesagt dass das ein Witz ist ja dann brauchst du ihn nicht mehr erwähnen und ich flog im Tor was wird denn jetzt kennst du ihn nicht von Onkels ach schade er sagt jetzt gerade nichts ich fass schon wieder fuck you ey es hör ey da was geht dieses trommeln ne das hört sich an diesen Geschlechter Winner Sound von 98 oder so weiß äh keine 1 zu 3 Niederlage nur 1 zu 2 nein das ist boah ok ja gg was hier ist die ist ja ja na ja spielst du schade ok noch ein Mensch die Sache von Spalten revanche du fährst ich fahr' er schießt sich immer mit zwei Minuten also sehr und wenn ich einmal gesprungen wäre vielleicht reingegangen ja oh verdammt ja ich liebe auf dem Rücken wie so eine Schildkode ich hasse das dass der fliegt oh der war gut der ist drin boah alter der wäre fast so hoch gewesen von der zählt bei mir als Torschuss alter was ja weil du aufs Tor geschossen hast weißt du äh an der Seite wenn du nicht gerade wegfahren würdest äh hab ich ihn weggenommen boah alter ich muss nach der Runde unbedingt meinen komischen Sound ändern ne das geht gar nicht der ist so hart nervig ne aha eh nicht mit mir gut ich brauch Hust ach danke wie kann ich das verkacken Alter das stinkt doch hart mal magisch lol weißt du schön in die Mitte rein einfach mal so nicken du wenn so richtig ist ach ja ich fahr' mal nach vorne ne ja und ich hab heute gesehen du kommst zurück ja der ist irgendwie direkt nach hinten gesprungen und der andere gute Taktik von dem für die Kugel ich muss da gar nicht fahren lol nice won was ist da los was ist denn los da du fährst ich bin jetzt mal nicht ne der kommt ja der kommt nicht wird wird er holt was was tun die da jetzt holen wir mit keine Ahnung wenn wir auch mal stehen bleiben fahr' haben wir noch nicht auf die konzentrieren deswegen spielen wir auch das spiel fiktor hier bin und kinder das war schräume oder ihr seid den aufnahmen ist so ich schreibe sie sitzen die wiese zwei verliebte girlies auf dem bett es finde ich dann schon ein bisschen schade das ist ein weg wir machen Und manchmal komme ich nicht klar mit dem Grinden, mit dem Slide, meinte ich. Huch. Zu hoch. Erkannst du einen, Junge? Huch. Nice. Kletterung macht uns. Diese Game würde ich mal sagen. Parade. Ich drücke immer zweimal A, statt einmal wegen dem Fliegen ein bisschen üben. Jetzt, wenn das Game eh schon easy peasy gewonnen ist, kann man auch mal machen. Ball kommt! Und Ball geht. Das erinnert mich gerade ein bisschen, dass sie sich nicht richtig konzentrieren. Ja. Macht da eben keinen Bock. Wenn man nicht weiß. Da merkt man ein bisschen. Ähm, ausgespielt. Hurri. 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 Einfach beide ganz dezent entscheiden. Nein, da gehe ich nicht drauf. Sicher aber. Ja. Wie sie. Ja. Na komm, komm. Ja komm, ey. Dann skipp das Ding jetzt auch. Ich gebe live, Maul. Hui, Ball kommt. Entschuldigung? Noch nix und ich höre eh kein Boos. Nö. 5 zu 1. Hui. Alter. Ich kann jetzt welchen Boden drin. Zurück zum Hauptmenü. Hui. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao. Ciao. Das war ein Spruch.